moin moin und herzlich willkommen zurück zu visage ich habe mich kein millimeter bewegt kein einzigen ja und wenn ich jetzt hier alleine durch muss ohne euch dann hätte ich euch wohl nachts besuchen kommen müssen ja und genauso hässlich atmen so antistressiger hat es an ich habe die befürchtung dass jetzt hier in diesem raum weil genau von da das stöhnen kommt eine alte hässliche frau auf mich wartet und das heiße ich genauso genauso wie kinder in horrorfilmen oder sonstwas what name adresse ach wisst ihr wo ich bin in diesem fortschrittsraum weil hier war das poster mit den hässlichen beiden und hier ist der schrank wo jetzt wohl die aldi drin sitzt der nicht aufging das ist aber jetzt alles etwas anders oh leute wer hängt sich dann sowas auf spiele ich kann es einfach durchgehend okay ah jetzt bin ich im ok ich soll ihr ihr kind bringen ja das auto wie hieß der fortschrittsraum ach ne das war schon der andere aber es war halt ne ich gehe mal von außen eine andere dimensionen oder so so wer oder was will mich jetzt hier runter locken ich bin auch nicht total bescheuert außerdem außerdem ja 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 Heb das sofort wieder auf, Mann. Du musst ein Bein hingreifen, um es zu verwenden, also muss ich das vollzüglich weglegen. Ach, wie lege ich das nochmal weg? Ich will es nicht fallen, also ich will es weglegen. Oh, da können wir uns jetzt wehren, dann werden wir bestimmt auch gleich Probleme kriegen. Warte mal. Aha! Aha! Ah! Da ist ein Spiegel. Oh, irgendwer mochte das nicht. Oh, ich dachte eben die. Hä? Oh, das ist doch ein Rätsel, hä? Pfff! Pfff! Pff! 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 So löse ich Rätsel, aber es klappt nicht. Na klasse. Also gibt es schon gar keinen Hinweis darauf. Ich glaube, den Hinweis bekomme ich erst noch. Gut. Ey, das war ich nicht. Schön auflassen. Ich schlürte eine Tür. Bist du denn doof? Habt ihr es gesehen? Also das war keine Einbildung, weil mein ganzer Körper ist gerade voll elektrisiert. Wie komme ich denn in diese Türen rein? Hm. Ein Spiegel. Muss ich vielleicht alle Spiegel finden? Oh Gott. Ey, keine SWOT-Rutsche. Was? Wow. Ne, das passt so nicht, oder? Nein, nicht draufhauen, kann ich schon das drehen? Ich kann das drehen. Ich kann das drehen. Oh, jetzt habe ich den Hammer fallen lassen, oh mein Gott. Ich kann das drehen. Ich kann das drehen. Ich kann das drehen. Ist das mein Hinweis hier? Nichts passiert, irgendwie sieht das nach einem Muster aus. So ist mir gar nichts weiter zu helfen. Okay, also mache ich eine Seite. Moment, ich glaube ich habe es. Das ist der Flügelmann, ne? Genau. So, bitte einmal hinschmeißen. Dann kommst du Flügelmann und dann mache ich dich hier ran. Dann kam... Ist doch easy. Dann kam das. Das ist eine... Das ist eine... Keine Ahnung. Das war es nicht. Das war auch nicht. Oh, ich hänge auf hier. Da darf vielleicht keins doppelt hängen. Dann muss das ab. Und welches haben wir noch nicht? Was ist das? Das hängt ja auch schon. Dann nehmen wir mal das hier. Ne, das haben wir noch gar nicht. Das haben wir auch doppelt, ne? Ne, das... Das haben wir doppelt. Ah, weg hier. Dann nehmen wir... Dann nehmen wir... Das... Ne, das haben wir schon. Das haben wir auch schon, oder? Das haben wir auch schon, oder? Ja. Das muss runter. Das haben wir schon doppelt. Was ist das? Das haben wir schon, oder? Ja. Das ist ganz schön spooky. Das haben wir auch schon, ne? Ja, das haben wir auch schon. Oh, Mann. Oh, Mann. Ob ich hier eins aufnehmen kann? Das haben wir schon... Das haben wir schon... Das habe ich noch nirgendwo gesehen. Komm mal mit. Komm mal mit. Ich muss ja erst mal eins abnehmen. Warte mal. Stell dich erst mal hier hin. Nicht umfallen. Oh, ganz klasse. Was ist denn das? Das kenne ich auch noch nicht. Und hier liegt ja auch noch was. Komm mal aus hier. Ich sehe nix. Okay, doch. Warte mal. Die doppelten lege ich mal hier hin. So. Das haben wir schon. Was ist das? Haben wir auch schon. Das war jetzt neu. Oh, bleibt das jetzt so? Halt. Das war doppelt. Das muss ab. Doppelt kommt da hinten hin. So. Dann machen wir das. Hier ran. Nee. Ach, das hatten wir doch schon. Ich hab's gleich. Bestimmt. Das. Ja. So. Noch irgendwas doppelt. Ja. Nein. Doch. Das. Dann hatte ich ja hier noch was. Was bist du? Nee, dich hatte ich schon. Dich. Noch. Dich. Du hängst da schon. Dich nehme ich mal mit. Du bist doppelt. Gut. Was bist du für einer hier? Oh, die hab ich auch schon. Okay. Was denn das? Dich hab ich noch nicht. Oder? Oh, da hängt zwei doppelte. Na ja. Das ist aber schön blöd. Weg. Gut. Gut. Was haben wir hier noch? Doppelt. Weg. Das haben wir auch. Weg. Liegt hier noch irgendwas? Hier liegt noch was. Aber das haben wir schon gesehen. Da hängt das. Ja. Doppelt. Kann weg. Ah, was ne Müllecke hier. Ja. Ja. Was klebt hier noch? Oh. Du bist doch auch. Die hab ich jetzt noch gar nicht gesehen. Oder? Nee. So. Das. 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 Aha. Doppelt. Verstehe. Wenn hier nichts mehr liegt, dann äh. Kicken wir kurz hier kicken. Canva. 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 Das. 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 will smile sein. Das. Das. Ich hab noch eine andere Lösung. Das war jetzt... Oh Gott. Was ist das? Also Rätsel sind ja nun mal gar nicht meins, ne? So, hier hängt dieselben. Doch, das war richtig. Vielleicht müssen gegenüber immer dieselben sein. Kann ja auch sein. Aber welches ist jetzt falsch und welches ist richtig? Ja. Ich nehme das mit. Du kommst bitte auch mit. Und... Ne. Oh, Leute, Leute, Leute. Das ist... Wie kann das sein? Dann... ... 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 ich überlege mir was ich hoffe wir können dieses rätsel in der nächsten folge zusammen lösen wenn ich muss ich irgendwo abgucken bringt ja nichts aber wir probieren es noch einmal so und das ist bestimmt total pp einfach aber ich komme gerade auch überhaupt nicht drauf ist ja auch schon halb zwei morgens dann ist der verstand nach gut dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge und knacken mal dieses rätsel hier also bis dann ciao